Oh! Kommt ne Drilling von hinten? Ich seh's aber nicht. Irgendwo hier hinter. Du hast Zambi hinter dir, pass auf. Kontakt nicht. Kain glaub ich. Der Blackout hat Hit. Hit auf den Kain. Oh, der Boss ist hier. Die sind in der Hütte bar? Ja. Weiß ich nicht, welche Hütte? Die. Ne. Sicher? Habt ihr irgendwas schon gesehen? Die sind doch beide hier in den Wald gerannt. Okay. Da habe ich sie doch beide getroffen. Okay, dann sind die wahrscheinlich noch da. Weil ich guck jetzt nicht nach rechts, wenn du jetzt sagst, sie sind wirklich in der Hütte. Ne, die sind noch da. 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 Oh, da kommt jetzt noch was aus Slaughterhouse. Die kommen jetzt alle hierher. Lass mal hinter das Boss leer, dass die Sieg da erstmal finden. Ich verminiere mal ein paar Fässer. Könnte ich mal kurz für KI gebrauchen oder sowas. Hier vor mir direkt. Danke, danke, danke. Jetzt ist mein Ton wieder kaputt. Oh, ich hab gebremst. Wie ist dein Muni hier bei mir? Alles gut. Oha, oh, Bogen. Irgendwo aus Westen. Oh, hier oben ist ne Kasse. Oh, da ist Heel. Wo ist der Kackbogen? Hä? Hä, wo ist der? Rot ist er auf jeden Fall schon. Bogen oder Armbrust, eins von beiden. Mhm. Ich gucke. Okay, da ist er schon mal nicht. Hä, wo war der dann? Ist der hier unten in der Hütte? Nicht möglich, ja. Und was ist jetzt da hinten mit dem Kane und so los? Wie schmeißt du einen an eine Konstantina? Oh Gott! Der ist hier unten auf dem Steg, alter Schwede. Frau, blaues Halstuch. Direkt auf dem Bosler, oben auf dem Steg. Langer brauner Mantel. Ja, da unten links. Oder? Nee, nee, nicht sicher. Aber da, da, okay, direkt vor dir, oben auf dem Steg. Von da hat er sie geworfen. Oh, ich hab hier genau in die Konstantina geguckt. Ich bin so richtig, Karl. Wahnsinn, nein. Schnell, die Sonne sei. Oh, ich bin so richtig. Oh. 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 Die hat auch einen Bogen, sicherlich ist die das. Pass auf, da hat das Fass es vermint, links. Kann sein, ja da war auf jeden Fall ein Step irgendwie. Du könntest von da aus ein Dynamit hochschmeißen oder sowas, wenn du sowas hast, dann rennst du außen auf dem Steg rum, gehst durch die Schiebetür rein, kletterst in die Trebleiter hoch und könntest mich dann holen übers Dach. Oh, die ist links irgendwo, links in dem Vorbau. Weißt du, da hinten dieser Vorbau, wo man rausgucken kann, aber ja, wenn du dich beeilst, kannst du mich vielleicht holen. Das hat wieder nicht erreicht. Hinter, oh die ist tot, irgendwer ist tot. Nein, nein, einer ist gestorben, definitiv ist einer gestorben, ich weiß aber nicht. Wissen, wohl. Wissen, wie du siehst Angry, wir haben. Man, ich weiß nicht. Oh, wie war mir jemand. Canst du das? Ich weiß nicht. Was war ihr? aber ich habe ja nur die scheiße vorsicht vorsicht feuer ach du penner naja ich muss heilen und muss den boxen wenn er kommt ja du bist ein dummes ausschlag wie geht das denn oder ist schon mehr drin scheiße ich habe meine trades nicht mitgenommen das andere bounty hat nicht aufgehoben ganz toll hat die ist genau bei deiner leiche das ist die bogenfrau was ach doch ich habe keine hitmark er gekriegt aber sie ist tot hier ist aber so sein oder das ist der cain da ist der black code dazu ja ja die bogenfrau ist so ein paar sechstattelige städte siehst du gerade nicht auch mann ich habe so richtig reingeschissen ne mann bist du das ok ja zwei leute hinter mir ich muss hier rein bin da warte ja da macht er da warte jetzt musst du hier an die schüssen kommen ja kriegt die irgendwie rausgeworfen die scheißhaft oh gott einer unten hier am haus und einer hier drüben in dem schuppen einer könnte schon drin sein ist doch nicht wahr heute wo ist er am schuppen der hat den centennial silencer mit gift ja da ist er ja da ist er geil der ist verblutet er muss sein dass er immer eine pfalle drin ist Oh, man, ich bin rüber. das ist ein neues team noch glaube ich oder der black coat hat mich getötet da ist noch wer naja sein kumpel ist ja schon tot der ist verblutet oder an deiner volle gestorben so ja ja Da ist auf jeden Fall die Hunde getriggert da hinten. Das waren zwei Black Coats. Ja. Das war die Hunde. 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 Mann. Das war die Hunde. 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 Die Hunde. Das war die Hunde. Das war die Hunde. Die Hunde. Das war 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 die Hunde. wo bist du eigentlich dahinten das mikrofon ja wie viel meter sind mit 35 die ränder gut bei mir denn hier wusste ich weil hier zu viel los war da dick diese krokodil frau da nicht gekriegt habe zum kotzen wollen wir die jetzt noch feiten obwohl der eine dürfte one shot sein für die sparks wenn das noch das überlebende team ist wurde Alter, hat die mich weggepoolt, schön mit ner Drilling. Wo ist denn da? Wo liegt denn da? Upsi So, die Totems mal abballern, irgendeinen? Siehst du noch einen? Ähm Machst du oder nicht? Ich seh keinen. Der ist genau hier vor dieser Wand. Okay. Warte. Und einer ist noch ganz hinten irgendwo. Komm, und hinter mir rechts. Ich brauch halt nur einmal kurz Krach. Jo. Danke. Er ist auf jeden Fall Solo. Der steht oben an den kleinen Fenstern und guckt halt in unsere Richtung. Okay. Ja, eine Tür. Schiebe Tür, offen. Ach, da unten, okay. Wer tut? Das ist noch wer? Ja, ich hab's gehört. Scheiße. Komme ich hier aber auch schlecht raus. Zum Miren hin, zum Zaun hinten. Ja. Südosten. Die blutet. Ist verblutet. Der andere ist hier unten im Mindenhof. Ja. Kommt zu dir. Der rennt wieder weg. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Er tut. Tod. Sauber. Aber sie war nicht die Bounty. Nee, er ist die Bounty hier, glaube ich, oder? Ja, er ist die Bounty. Aber sie war nicht die Bounty. Es könnte aber seine Freundin gewesen sein. Kann man sagen, dass sie Solo ist. Ja, kann auch sein. Hier oben ist eine Kasse. Für später gleich mal. Ich muss kurz nachladen. Dauert im Moment. Ich hab mal zwei Pfeilen auf die Kasse. Ich hab's hier draufgepackt. Ja, hier ist graphic. Hier gibt's eh nix. Nee, doch nicht. Oh, die anderen kommen rüber. Hm, ich brauch noch einen Moment. Alter, scheiße, ich bin ihn auch falsch gelaufen. Hier ist noch die KI. Dauert nicht einfach. Mh, bleibt mich. Mann ey. Ah, ein Sheriff Harding. Ich weiß nicht, welche deine Löchel ist. Die Gendürer hinter dem Zahn. viel spaß ja ich habe ich erschossen doch ich komme nicht hoch oh gott da stehen sie alle drei da stehen immer alle drei ja 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 ohne sind zwei hast du geschossen dann sind zwei ja 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 das jetzt tut ein habe ich irgendwo hier hast du serpent ja manchmal bändisch sehr gut wir haben noch eine sparks gehört das können sie sind zwei sind zwei gesehene frauen mann die licht leib ich sehe die leiche leider nicht ich weiß noch nicht ob ich sie gekriegt habe hier brennt was vielleicht brennt hier auch eine leiche das können gestorben die waren beide in dem in den bereich hier hinter dem aber wenn das schlechter hin er könnte rein gehen aber ich höre halt auch nicht mehr mit drin ich könnte habe ich gesagt ich bin ich bin drin hier oben ist meine toolbox noch als er will kannst du mal hier aufmachen er ist hier auf dem balkon auf dem links gestorben hier liegt er ja dann ist sie noch im leben hier ist die romero und die spark nee hier liegen drei waffen und zwei leichen klasse dann lasst du sie beide habe ich doch beide erwischt sparks